Wer bisher einmal quer durch Deutschland reisen wollte, ging dazu entweder in die Luft oder auf die Schiene. Fast 80 Jahre lang hatte der Staat seine Staatsbahn mit einem Monopol auf Fernlinien vor der Konkurrenz durch Busse geschützt. Das ist jetzt gekippt. Unser Reporter Julian von Löwis machte sich heute gleich auf die Reise per Bus. Es ist 7.30 Uhr in der Früh und wir machen uns auf den Weg von München nach Stuttgart mit dem Bus. Die Karten haben wir online gekauft, nur 9 Euro kostet die einfache Fahrt. Mit der Bahn hätten wir mindestens das Dreifache bezahlt. Unser Bus ist nicht voll besetzt, doch ein Sitzplatz ist hier in jedem Fall garantiert. Das Platzangebot könnte allerdings etwas großzügiger sein. 2 Stunden 40 Minuten sind wir nun unterwegs. Der ICE ist nur geringfügig schneller. Trotz einiger Baustellen kommen wir pünktlich auf die Minute in Stuttgart an. Hier haben wir uns mit einem der Gründer von deinbus.de verabredet. Dass die Bahn ihre Monopolstellung abgibt, ist mit ihr Verdienst. Die Deutsche Bahn hat natürlich mit Händen und Füßen versucht sich zu wehren gegen neue Konkurrenz. Wir wurden sogar verklagt von der Deutschen Bahn, aber schlussendlich haben wir gewonnen. Können jetzt eben an die 10 Linien im Süden Deutschlands wirklich fahren, so ein richtig kleines Netz in Süddeutschland. Der Bus zurück nach München ist deutlich voller. Hier wird klar, das Zielpublikum ist jung und achtet auf den Preis. Also ich fahre jetzt das erste Mal. Von daher, bis jetzt finde ich es sehr angenehm. Ich habe es eigentlich nur gemacht, weil es sehr günstig ist. Warum fährst du heute mit deinem Bus? Warum nicht mit der Bahn? Weil es billiger ist, auf jeden Fall. Man hat seine Ruhe und man kommt völlig relaxed an. Ziemlich relaxed kommen auch wir wieder in München an. Für nicht mal 20 Euro nach Stuttgart und zurück eine günstige und trotzdem komfortable Alternative zur Bahn.